da wird der Aufnahme alles klar kann sich jedoch mit Gott war traurig habe ich ja schon drin längst glaubt sich noch glaubt sich nach letztes Gefecht rein nein wie schon aufnahm gestartet oder was ja habe ich schon ich warte nur dass du das Spiel startest ich werde das wahrscheinlich rausschneiden nein und was er sagt was peinlich ist dass ich dann rausschneiden werde Prozent übrigens Prozent wir das wäre scheiße egal wie es weiter und wenn wir ein Hitmarker bekommen dann machen wir das Spiel von Neuwahl ich habe einfach so gestartet und nix einzustellen in mir jetzt nicht sicher alles eingestellt das ist eigentlich ja relativ egal ein okay fangen an ich mache da mein Intro ich brauche ein neues Intro Menschheit der Let's Play Movie ist hier und heute wieder in einem Sniper Duell mit verschiedenen Leuten unter anderem den der jetzt noch nicht kommen dürfte stell ich mal vor ich stelle mich so peinlich du sollst dir vorstellen mann was soll ja ja das wäre auch der dritte im Bunde wir haben da noch ein der damit gerade mit mir Sniper Duell macht stellst du dich auch mal vor Mann ja hallo toll ich habe gerade so am Start und jetzt habe ich schon kein Bock mehr nur weil du aufnimmst ey jetzt außerhalb befreitest das ist aber das war wirklich ich sage mit dir ich habe mich verarscht ich habe nur mit einem hässling Schalldämpfer er hat es nennt sich die Stil der Schalldämpfer der macht da Präzision rein in die Bude ja auf jeden Fall Elcher immer die Schalldämpfer gefeuert ich hasse oh mein Gott und Soundtour darf die Rauchgranate benutzen nein okay ich will einen schönen Quickskop ja okay das kann sogar ich durchgehen lassen aber das war ein Dreckskop beziehungsweise auch ohne drängen man zu ja scheißegal okay auch nur ganz einfach ja ja Schwerbuch Kempst denn wieder ich kann doch nicht mehr du bist ja man kennt mehr wenn es gar nicht ich könnte nicht also zumindest ist nicht mehr der war super war das ein Quickskop man das war was du als Quickskop gelten kannst aber weniger Dreckskop na gut will ich nochmal drüber hinweg sehen man ok ähm können wir hier irgendetwas witziges machen mach was witziges man das ist hier voll die Spaßgrenze ey nein ich wollte dich eigentlich nicht nur das wäre unfair das wäre nicht witzig naja nicht ganz witzig was hast du eigentlich für eine Secondary drin ähm jetzt habe ich den Snap aufgehoben aber davor hatte das war eigentlich ein Quickskop ich bin wieder voll am Versagen und Bito ja du kommst immer von der Seite wo ich nicht vorbereitet bin ernsthaft ist vorne und bin tot okay das muss mir zurück ganz kurz das ist nicht gelten mich im Klone und ich soll Kämpchen Mann ich bin der der Kämpchen wo habe ich denn gekämpft und ich weckte sie also das nennst du ein Kriegskop jetzt mal ganz ehrlich das er du wechselst Posi das machen die Probe die besseren Kämpfer die besseren Kämpfer dankeschön ja du bist kein normaler und zwar äh ihr könnt man kommentargeschreibe ob ich kämpfe ja der war absichtlich der Schreiber fehlt äh nur will ich mich nicht hinlegen kann die Schreiber wohl ich stürke finde äh alter ja der, 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 der war drauf man der war peinlich du darfst du nicht so herum hoppeln wie so ein Häschen ey und ich benutze ich auch Granate ey kannst du die nächstes Mal sein lassen bitte meine Regeln ja ah auf jeden Fall das war für die Trockengranate aber du sagst ich kämpf nicht ja ich sagte dass du nicht kämpfst nein du sagst du kämpfst nicht Mann nein das war aber das war ja nur wegen der Trockengranate weil ich mich bewegt hätte desto klaren Vorteil ganz ehrlich und vertreten als ich die Kriptik und die Größe wie mal schauen was jetzt auskommt da das war wieder das war eigentlich wieder kein Quickscope ja und man darf das zielrefernrohr nicht sehen also du bist wie ja wir haben ja die eine dritte Person ist immer mal wieder das war doch ein Quickscope da kannst du nix sagen da habe ich mich an sich für die ja ja Quickscope äh dritter im Bunde was äh findest du ist ein Quickscope ja ja wie macht das fahrtenkreuz halt nur eine Sekunde Musik noch schon mal ja ja süße finde ich zumindest ja zwei gegen eine ist ausgeschlossen ich schwöre wenn ich hasse dich ich bin hätte gelernt ich sehe wie meine Leiche fällt wo ist hier die Logik ganz ehrlich ich bin gespawnt und sehe wie meine Leiche fällt 0 bevor man auf Gäste sehe ich das also wir wollen jetzt nicht sagen also ich habe gesagt maximal eine Sekunde das heißt dass man kurz das Visier sehen darf aber das ist auch ein Quickscope ist wenn man das Video nicht sieht also ich habe jetzt nicht gesagt dass eine falsche und andere richtig ich schreibe weil ich mich nicht so auszudrücken zwei gegen 1 Juni nein ausgeschlossen hast du gehört geschlossen und hat du bist Türke Türken Bocken sich mit dem Netz ich habe nichts gegen Türken weil ich bin kein Deutscher Badumc ernsthaft ich habe nichts gegen Türken ich auch nicht außerdem sind böse es gibt böse Türken habe ich alles gegen sie dann habe ich getan Pistolen aber alles gegen sie haben sie was gegen Türken ja klar doch Pistolen, Granaten ja was machen sie sich aus Türken ja viel Lampenschirme und das und Alter Mann ich wusste es nachher wechseln weil ich auf der anderen Seite keine Muni mehr hatte Fingerfertigkeitschöse getriecht schneller Waffenwechsel aber nein jetzt habe ich den Bock jetzt multipliert das war ein schöner Quickscope Adway da hat man ja das Visier gesehen als deine Fratze Ernst hat Dankeschön also nix gegen meine Fratze also nix gegen dein Visier aber naja aber was geht ganz egal habe ich nicht gesagt ohne Last ne ich höre ein Sniper da oh mein Gott wir verlieren diesen Kampf mach mal nicht chill mal war der Headshot überhaupt aber danach ha mach mal besser nimmst du überhaupt auf jetzt ehrlich oder nicht ne natürlich nicht das war wieder kein Quickscope Junge ich stelle dich bloß Mann das war dann eben für dich ein Quickscope mein Gott ja ich weiß voll nicht rum wer da so heute hätte da hätte ich noch so ein Video erinnerst du dich wo ich die abschussieren drin hatte und du das weiß ich äh da habe ich ehrlich gold das war peinlich ich weiß weil das wir immer als Videobeweis in als Videobeweis halten dann melde ich das dann melde ich ja das ist scheiße ich habe wieder kein Wurfmesser Mann ich muss die Wurfmesser gleich rein machen weil sonst bist du mies ey mir fehlen noch zwei Kills ernsthaft ok ja ernsthaft oh mein Gott der war knapp so mies ich war wenn du jetzt irgendeine scheiße durchziehst und gegen mich jetzt pur gewinnt ich schwöre ich könnte ehrlich wollen oh mein Gott mein ähm das ähm das ähm das ähm wird das hier verstecken oder was glaub ich an ey ich schwöre ich spiele grad so peinlich das weil ich aufgeregt bin eh äh jetzt vada boom fail vada boom fail vada boom fail hey das ist doch feinlich ok let's do kill ey der wird Harzkopf so so Harzkopf wie der jetzt nein du harzkopf nicht ja auch wieder wahr so der war Harzkopf ich hab's gesehen so ich beende die Aufnahme hiermit und beende die Aufnahme na komm nice Harzkopf ne ja klar und du legst dich auf den Boden so jetzt reicht's